Hallo meine schleimlich liebligen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, zu einer neuen Folge von 2Nubes Spielen. Und heute spielen wir ein bisschen Skywars auf dem GOMMHT.net-Server. Mit der Teil ist natürlich auch wieder der Erik mit dabei. Servus Leute. Genau. Wobei wir dazu sagen müssen, dass wir Skywars schon ziemlich oft hier auf GOMM spielen. Demnach sind wir auch nicht so schlecht. Unsere Taktik, die haben wir uns ausgedacht. Ich spiele mit Zauberer-Kit und Erik nimmt Tank und falls er einen Ender-Power bekommt, dann rusht er die Gegner. Und ich mache mir einfach währenddessen Schadens 3. Oder? Einfach Toxic. Das bin ich glaube ich an, nachdem ich ihn gefightet habe. Deswegen lasse ich es mal. Also auf jeden Fall ist ein Enderman in der Mitte und ich baue mich jetzt mal rüber, ohne dass ein Schneeball kommt hoffentlich. Kann dir, wie gesagt, nichts sagen, ne? Oh, ich bekomme Fire Spectrum. Ach du Jemine. Rechts von uns sind einfach zwei Full-Dias. Die kommen! Ähm, Benni mach ich bereit. Bommazub, 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 please. Zu. So gut es geht. Ja, die sind über uns. Spannende Runde in der Folge Minecraft Keller. Fire Spectrum 1 Schadens 3. Ja, genau. Und ich kam mir hier mit meinem Holzlümel rum. Äh, Frage nebenbei. Hast du ne, hast du ne Pig-X? Ja, hab ich, kann ich so. Ich dachte schon. Willst du mal aufbauen? Bau mal lieber alles ab hier. Ja, bau dich hier einfach zu. Oh, pass auf, sind da. Sind da? Okay, warte. Das ist, die blaue Kuh! Den kennen wir ja irgendwo her. Hält, Benni, unten. Unten? Unten, ja. Oben ist noch einer. Benni hier. Oh, warte, das ist gut. Nice. Easy. Schönes Ding. Oh, oben ist noch jemand. Pass auf. Ja, chill. Habe zu. Äh, also, die blaue Kuh, wie hast du uns gefunden? Da bist du. Haben wir grad getötet? Haben wir grad getötet? Ne, ne, da wurde getötet. Komm, komm, die Keksfabrik, wir müssen, wir müssen die Keksfabrik töten. Töten. Kommst. Leute, für die, die es nicht wissen, die blaue Kuh ist einer unserer allerersten Abonnenten. Ja. Okay, jetzt bringt ihr nicht die nächste Nücke. Äh, da drüben. Oh, die beiden, Benni, komm. Komm, komm, komm. Ja, ich komm. Warte, ja, ich komme. Komm, komm, komm. Benni, schneller. Ja, ich bin doch hinter dir. Geh drauf. Boah. Fakt, ich bin mittendrinne. Scha- Ja, genau. Hab ihn? Ja, Sensenmann, Pass auf. Ah, tot. Nice game. Macht Sensenmann schlechter, bitte. Komm, mal. Macht Sensenmann schlechter. So, ne, hier geh ich lieber mal weg. So, jetzt schauen wir dem P-Play zu. Äh, zu dir kommen Leute hoch. Zwei Leute? Drei? Drei? Warte, dann werden die sich bekämpfen. Ja, die kämpfen. Ne. Wo denn? Äh, genau. Warte, mal vom... Rechts von dir. Ja, genau da. Jetzt sehen wir alles aus Bennis Sicht gleich. Wow. Erik spielst du auf dem Laptop, aber der hat deutlich mehr Leistung als meine alte Schrottkiste hier. Tch. Sei doch. Wir wollen uns ja nicht... Aber andererseits, ähm... Oh, ja, jetzt kann ich fighten, komm. Sorry. By the way natürlich sorry für das penetrante Abstorben, Leute. Aber ich hab halt leider keine andere Möglichkeit. Kannst du noch nicht mal ab... Ja, schönes... Boah, das Feier-Aspekt, ey. Komm. Ja, ich bin leider auch tot. Aber ich hab'n noch. Ich hab'n noch. Ja, komm. Drei Kissen stabil. Genau. Drei Kissen schon mal für den Anfang stabil. Ich würd' sagen, weil die Runde ja nur so'n kurzes Leben hatte, machen wir gleich noch eine. Genau. Das geht direkt weiter. So, wir gucken, vielleicht eine EP, dass es mal ein bisschen Spornung gibt. Pam 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 pam. Hast du eine EP da für mich? Ich. So, fix ausrüsten und rüber. Hast du vielleicht eine Hose für mich? Nö. Ja, ich weiß zwar, ich hab' die Hosen da, aber... Ja, ich weiß, dass sie aus dem Tank-It. Ja. Ist okay. Aber warte, ich kann mir eine Eisenhose machen. Ist nicht das Beste, aber auch definitiv nicht das Schlecht. Was ist da? Na, wer ist er denn? Na, wer ist er denn? Oh, da drüben gibt's nen Weg. Äh, irgendwie sind gefühlt alle Mitte gegangen, nur mal so. Ja, okay, dann lassen wir die in der Mitte schön campen. Oder, ähm, brauchst du dich? Ich brauch's. Ich brauch's. Ich brauch's. Du brauchst, okay. Wir lassen die in der Mitte campen, okay. Lass' ma's mal campen. Kein Problem. Ja, wobei, campen ist vielleicht das Worte. Abstauben! Oh, der, der, dem Sensenmann wird richtig gegeben. Macht Sensenmann Schlecht! Oh, Junge, was ist denn mit meinem Stuhl los? Der liegt mega loot, nein! Äh, oh, ne, 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 meiner geht da, muss Schluss. Haha. War, aber ist das jetzt der Main oder der Sensenmann? Äh, Benny, EP, komm zu dir! Benny, oben. Ja, ich seh's, ich seh's. Ich hab noch keine Hose, Scheiße. Bitte, komm schnell her, bitte komm schnell her. Ja, ich bin... Komm hoch, lenke ihn ab. Ich kann nicht, ich hab kein richtiges Schwert. Wie kann man denn... Äh, da, ich hab keine, ich hab keine Hose. ja komm mit hoch, komm mit hoch, ich geh gleich drauf, Benni, komm WAS? ah, warum, wie ist der denn hier unten? WAS? ach, hier ist ein Loch loll hab ihn, hab ihn, hab ihn ok, gut so, dann ist diesmal genau die andere One-Man-Army-Show oh jungen, wo war denn hier ein Loch drin? ach, hier, das hab ich gar nicht gesehen ach, du äh, es kommt von oben, von oben, von oben, von oben einer oder zwei einer, einer, einer ja, soll er machen die Copwebs sind verlockend hier bitte er geht weg, also er baut sich nen Weg, er will danach weggehen er will danach, glaub ich, weggehen komm, Copwebs komm her, komm her, wo ist er? Vorsicht, er kommt ah ja da oben, er kommt das soll sensen, mein was auch ja setz ihn Copweb ihn ins Copweb, nicht dich doch ja nicht die ganze Zeit Vorsicht, du stehst da genau an falscher Stelle er kann nicht darüber ja, ja, ich muss ich könnte jetzt mega outplayen macht, macht, macht es doch, macht es doch komm Vorsicht, der hat Lover und los jawohl ja, du hast Feierdingens, oder? Vorsicht, pass auf, pass auf, er kommt zu dir er versucht dich zu nocken Vorsicht ja schlag doch auf ihn drauf, ja, ich bin mega ja, Junge okay, wir hängen doch noch und dran Mann Benni, meine Kiste nein, die tut ich immer zu spät Benni, meine EP oben ja, ist okay, nimm sie ja extra die Leiter abgebaut, du hier oben ist ne Dirtchest für dich drin ja, ich hab genug Blöcke, keine Sorge hm, reicht das noch für den Spitzhacker, hast du ein bisschen Eisen für mich? ne ah, wobei, hier sind ja genug, hier ist ja genug Zeug drin ok, dann mach ich mir als erstes die Spitzhacker, ja, das reicht perfekt Mathe ist da hupsala hupsala hast du wirklich keine? ne schade der hat aber safe ähm, hast du grad 4 damage bekommen? ja, weil ich zu dumm bin von Water Emilji ah ja Abschiebung raus mit die Viecher ich könnte sehr unterhaltend, deinen Enchanten ne ach ja links ist es ein Enchanter na viel Spaß ok, der könnte aber genauso gutes Equipment haben wie ich, pass auf ja, ich weiß willst du ihm rüber? das sieht nicht so aus, jetzt würd ich so einen fighten aber ich versuche noch ein paar mal protections zu bekommen ich kann mich aber bauen was außer wenn Dings aus der Mitte kommen Fast Bridge am Start nicht äh, Benni, kommst hat der eine EP? also ne Oh ne ö öröööööööc der hat glaub ich auch eine Sense oder so gehabt NACHT SENSEN MEIN SCHLECHSTE CHEF Aha Ich hab' ihn mal'n WEG gebaut komm rüber, me我也 ich hab' ihn mal'n weg gebaut komm rüber, mein Freund Вотdue Ichバünt dann auch, dass es ein ziemli schlechter Zeitpunkt ja, er kommt Ben valu nur mal so ok ja meist gleich da bleib unten já, kein Also sehr wunderschön also dann bauen wir mal lieber das ganze Zeug ab wenn man kann auch hier einfach zu alles sehr wichtig hier bin ich auch die sie also die sie ist so eine Sache ich habe drei Herzen Rüstung für dich aber auch noch zu die Wendung zu kommen ja ich habe eine reine kommen da ja einigen den nicht auf einen Block Bänny zwei Blöcke hier drauf 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 kommt ich bin aber ich kann nicht aus und muss vor ich bin tot kommen wir müssen aber kriegen gerade zweiter Herzen es hast ja schönste es ist ein schadens dreischwert abbrannt ich wüsste es nicht so einfach mal ich halte ausschaut warte Team 5 und oh Schaubnis 3 nice und ja das ist mein Schwert ähm von Team 5 ist oh war das 5 oh Schneebälle ja warte mal links neben dir ist noch einer wenn du sie suchst ich habe ne Hacke das wird extrem lustig Team 5 hier was ihr hockt ich hab ja Team 5 Team 5 farnt gerade ein ganzes Team ein ganzes Team oh Mann ey das ist ja so geiler Loot und der andere hängend auch auf seiner Insel ähm ist einer bei mir? nein so warte ich was vielleicht sicher oder? Benni? ne ist keiner hier ok da hat sich nur mein Trank ein bisschen dumm getrunken ich bin im Sandwich ernsthaft? oh ne aber warte mal ah ja ich habe euer meine Freunde oh warte lasst du das sich herbauen ja ja ich wüsste ich habe Angst komm mir wenn der von rechts kommt vor dem habe ich mehr Schiss die soll ein Stück trauen ich EP weg er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er muss sich rüber er ist runtergefallen er ist runtergefallen er ist runtergefallen er ist runtergefallen oh Gott ist danke oder? ja doch 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 danke danke ich krieg den ja Todesnachrichten ok so leid zum ersten mal Finale wuh ey ähm ähm im übrigen ist ein kleiner Retalk an der Stelle ja hast einen Plan ich erzähle währenddessen so lange was ähm ja ich habe ja auch gesagt also zwischendurch ja Erik da kannst du ja vielleicht mal hingehen und abstauben ich weiß Leute äh vorsicht die haben eine EP Angel Angel ich habe das ja oft gesagt dass ähm Erik vielleicht mal abstauben soll ähm klar ich weiß es gibt viele von oh Junge fuck halt nicht ab jetzt Junge fuck nicht ab mit deiner Drecks Angel klar ich weiß das mögen viele von euch nicht aber eine Sache muss ich dazu sagen wenn wir jemanden sehen danke ja komm wenn wir wenn wir jemanden sehen warte jetzt jetzt kannst du jetzt kannst du mit der Dingens aber warte wenn wir jemanden sehen der gerade fightet dann vorsicht angeht nochmal ja Junge ja wenn wir jemanden sehen der gerade fightet und wir da da die Kids holen können dann machen wir das auch ja schön ist das ein vielleicht ein Koprap Junge die machen viel zu viel Damage oh man oh schade also dein Plan war ja nicht sonderlich gut der war gut prinzipiell wenn ich so ordentlich genockt hätte ok meine schleimiglichen freundern war es das für heute leider kein win aber trotzdem ja fast ein win aber Erik hat sich am Endeffekt ein bisschen blöd angestellt hätte ich aber denke ich auch gemacht also ich hoffe ihr verzeiht uns das das Format heißt ja nicht umsonst zwei Nubes spielen ne ok dann schaut beim nächsten Video Stream, Story etc wieder vorbei würden uns sehr freuen wenn wir euch da wieder sehen könnten schaltet beim nächsten Mal wieder ein tschö mit ö und tschau mit V so Bis zum nächsten Mal.